Woa 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 Geht er nicht hin, geht er nicht hin Festgebuckter T-Rex Festgebuckter T-Rex Ich weiß nicht ob wir genug Material dafür haben Ich mein Fleisch genug, Fleisch genug dafür haben wir Ich guck mal eben wie lange so ein T-Rex Aber keine Narko-Dex, wir töten den eher Ich will ihn haben, Leute, ohne Scheiß T-Rex wäre echt krass, das zu diesem Zeitpunkt zu haben Level 1 Level 1 bräuchte 18 Pfeile vom Bogen Hinter dir! Wolf! 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 Ich hab'n aber schon angekommen, der greift an Oh fuck, ich bin abgestiegen Jetzt, Walle hat ihn, Walle hat ihn, Walle lauf weg Zieh ihn, ich schlag mit Ja! Ich hab'n meine Pfeiler, wo seid ihr? Nein! Mit Pfeilen, mit Pfeilen! Ja! Mit der, mit der Faust! Und da war Hannibal schneller Hä? Hannibal? Nein! Bösser! Äh... Deswegen sollten wir sowas... Äh... Ist der... Äh... 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 Der ist... Genau in die Richtung Reite einfach weiter in die Richtung Da, wo das Känguru jetzt herkommt Weil das hat ein... Nein, nicht in die Richtung, Walle, alles gut, alles gut Da kannst du hin rein Ich seh'n Terrorvogel da unten Ich seh'n Terrorvogel Ah, vor uns ist noch'n T-Rex Ja, warte! Was? Noch'n T-Rex? Mhm Ich seh'n hier überhaupt nix Ich seh'n Skorpion und ein Terrorvogel Wenn wir hier geradeaus Ja, shit euer Leben! Lass... Lass erstmal Tag werden! Meine Fresse hier! Okay... Ach... Ach, da ist der andere T-Rex! Junge Geh mal zu Loot-Dings, ne? Mach das mal! Ja, ich komm mit Fes... äh... fressen Da hier zwei Dicke rumlaufen Endlich ist hier mal ein bisschen Action, Mann, du! Wir haben uns auch gleich mit dem T-Rex anlegen können hier Äh, wir brauchen Level 3, um das zu öffnen Ah, okay Ja, fünf Level noch, Walle Ne, halt, Walle, nur vier Vier, ich brauch' noch fünf Level Ich brauch' eh noch ewig Ich hab' nur... 20 Boah Leute, ich will den T-Rex haben Ohne Scheiße Ist der schnell? Was? Ja Äh... Ich glaub' ihr seid schneller, aber mich kriegt der Okay, ähm... Wir haben kein Equipment Wir haben kein Equipment dafür, Walle Versuch' den ersten Mal K.O. zu schlagen Nein, T-Rex, T-Rex können wir am besten machen, wenn wir flugfähige Dinge haben Da hinten ist ne Fledermaus, da hinten sind Fledermäuse Aha Hm? Die uns, äh, tragen können Weil... er, T-Rex greift die gerade an Oder ne Motte Oder sowas Ja, dann... Bei mir ist der Wolf Bei mir ist ein Wolf Bei mir ist ein Wolf Berheilt euch still Ich will den Wolf haben Ohma, ja Zweikampf W-Mann der Ficke juntos Sechs! Lauf doch nicht! Lauf doch in meine Richtung im Kreis! Lauf weg! Da ist der T-Rex! Oh mein Gott! Und der T-Rex hat die! Kleine Ameise bei mir, Hilfe! Da sollte sich eigentlich dein kleiner Pfiff wiederum kümmern auf der Schulter. Um solche Sachen. Da Ameise, Kleine! Ja, ich sehe. Kriegt ihr das da hin? Jo, wir haben sie getötet, ich hab einen Eintracht gekriegt, der war so schnell weg. Was ist mit dem Gold? Ich hol mir den T-Rex, ist mir scheißegal. Ich hol mir den. Ich brauche Beteiligungsfeile ganz viel. Habt sie vergessen. Ich war alleine, ohne Scheiß. Ich war alleine, lass mich in Ruhe. Ja, dann holt ihr. Da hinten ist noch ein T-Rex. Hier sind so viele T-Rexe. Hier unten ist noch ein Salamander. Da unten ist ein Drache. Okay. Drache heiß. Und ein Siebelzahntiger. Und ich habe Hunger. Ich muss was essen. Moment. Ja, auch langsam. Ach, du meinst die Vorstufe von dem Drachen da? Ja. Hey. Die werden einfach hier. Ja. Wo die Mia. Das ist auch noch ein Siebelzahntiger, ne? Hier müssen wir auf jeden Fall wieder hin, wenn wir genug Equip haben und den ganzen Shit. Oh. Oh. Äh! Die kommt auf mich zu! So mehr! Rennen gegen meinen Speer! Rennen gegen meinen Speer! Rennen gegen meinen Speer! Rennen gegen meinen Speer! Ah! Ich treffe doch nicht an! Aua! Scorpion! 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 Ah! So hinter mir her? Nein, jetzt kommt und töte ich hier gerade. Ich meine den Siebelzahntiger. Ja, der läuft doch hinter dir her. Soll ich den tame? Jaaa! Komm, komm. Ich habe 14 Pfeile. Ich habe auch noch einen Bumerang. Ich kann die ewig ausdauern, bitte. Eins. Bumerang! Mach Bumerang! Nein! Was macht Hannibal? Ich habe meinen Kopf nicht weg! Oh, Junge! Ernsthaft! Ernsthaft! Ja, keine Ahnung! Der greift von selbst an! Er hat doch gar nichts gemacht! Was ist er mit dem hier? Wechseln. Aggression zu Passiv! Vielleicht sollte man das auch machen. Hab ich auch! Nein, wenn da steht, Wechsel zu. Dann musst du das erst machen. Dann ist das noch nicht. Es stand auch Aggression Level unten drunter Passiv. Ja! Wechsel Aggression zu. Steht da. Nein! Ich meine beim Viech und nicht im Auswahlmenü. Beim Viech stand das. Aggressions Level Passiv. Nicht wahr? Oder muss das jeder einstellen? Okay. Also ich meine, ich habe es jetzt gerade eingestellt. Wenn du es gerade gesehen hast, dann war ich, dass der das eingestellt hat. Ist ja auch egal. Mein Viech verhungert. Wir waren nicht so eng. Viech verhungert. Meine... Ja, das Viech verhungert. Ausrüstung ist kaputt. Ich brauche Seide, um meine Wüstenklamotten wieder zu reparieren. Erstmal Bären futtern. Also ich kann noch Pfeile wieder bauen. Also... So ist nicht, ne? Ich brauche halt nur was zu futtern. Habt ihr Fleisch? Wollen wir eben ein Lager hier aufbauen? Bale, was machst du denn da jetzt? Lass mich in Ruhe. Prügelt er sich jetzt mit diesem scheiß Drachen oder was? Nee, mit dem Terrorvogel. Und da oben auf der Lichtung steht der T-Rex im Stein. Eingepackt. Herr Wixer! Flash, kannst du mal eben bitte ein Lagerfeuer machen? Ich habe null Equipment. Also null Ressourcen. Müsste ich erstmal sammeln. Ja, dann... Ich kann dir auch gerne dabei helfen. Aber ich bin am Verhungern. Und... Ich... Ja. Ja, ich sammle dann schon mal Steine. Warte, da gibt's noch Flint. Ja doch, Vogel K.O. Du hast ihn betäubt? Ja! Jetzt muss ich aber gegen... Drei Skorpione! Und ein fucking... AHHHHH! Ich werde gleich! Flash willst du eben mit... Warte, ich komm mal eben mit Hannibal runter. Bist'n du? Ich hab's den Augen verloren. Ach, da drüben. Und da oben steht der T-Rex, gechillt. Wen darf ich töten? Alle! Die Skorpione. Oh Gott, das sind... Das sind schon viele! Ja! Wir haben alle Matic-Bodus. So, der eine ist schon mal tot hier. Ich helfe dir bei dem. Der Typ geht hier auch da raus. Hinter dir! Warte! Warte! Ich krieg dich! Du hast genauso wenig wie ich! Mein Viecher hat gerade erstmal geschissen. Wo liegt der Terrorvogel? Hier, bei mir. Äh, Hannibal ist betäubt. Ja, er ist hier in der Ecke, Leute. Alter, ich brauch Narko-Sachen. Das werft da gleich auf. Warte, warte, warte. Wo bist du dahinten? Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin auf dem Weg. Hinter. Unterm T-Rex, Alter. Unterm T-Rex. Ja, ist egal. Der ist ungefähr festgebackt. Der kommt da nicht raus. Er hat einen Schweißestämmer beim Terrorvogel bis zu Fleisch rein. Legen. Oder ich brauch Wasser. Wasser. Wasser und vermissen euch auch. Wo ist der? Steht oben am Hügel. Muss ich eben hochreiten und den runterholen. Aber Hannibal ist... Oder du holst den eben. Hannibal ist bewusstlos, ne? Seht ihr nicht? Äh, der T-Rex ist frei, Leute. Der T-Rex bewegt sich. Der kommt runter. Der ist unten. Geht in die Hocke. Ach du Scheiße. Geht in die Hocke. Geht in die verdammte Hocke. Bewegt euch langsam weg. Der ist weggegangen. Der ist weggegangen. Ja, der ist weggegangen. Richtig. Ich brauch jetzt sofort Wasser. Ich brauch jetzt sofort Essen. Ja, dann geh... Der haut ab. Der haut komplett ab. Du, Walle, du bist nicht der Einzige, der Essen braucht. Ich brauch auch Essen. Allerdings mussten wir uns gerade darum kümmern, dass du hier nicht verreckst. Richtig. Richtig. Äh. Kampfmusik. Ich kämpf. Ich kämpf. Keine Sorge. Ich bin auch weit weg vom Terrorvogel und ich kämpf gegen einen Säbelzahntiger. Ja. Äh. Loote doch erstmal hier die... Oder ich loote die mal eben. Ja, ich helfe damit. Lootet. Kann hier mal irgendeiner ein Lagerfeuer hin bei uns irgendwo? Oh Gott. Da steht noch ein T-Rex. Wir sind überall T-Rexe. Zum Glück ist der gebuckt. Ja, das Blöde ist, der steht mitten auf der Lichtung. Wenn der sich frei buggt, dann läuft der genau in deine Richtung. Ja, und wenn wir bis dahin verhungert sind, ist das völlig egal, was mit dem ist. Äh, Jungs, der Terrorvogel greift den anderen Terrorvogel an. Kann das sein? Das kann durchaus sein. Ja, tötet den Terrorvogel. Ist unser Terrorvogel der da liegt tot? Äh... Drei Terrorvogel. Ich find ihn nicht mehr. Ich hab den Terrorvogel. Ich hab den Terrorvogel. Ne, der ist hier hinten. Der ist... Ja, tot. Ne, das ist ein Hebelzahntiger. Laut. Drei Terrorvogel hinter mir. Ja, bin da. Können wir einfach von hier verschwinden, Hannibal? Ah, hier ist der T-Rex wieder unterwegs. Hannibal liegt immer noch bewusstlos herum. Wie kann ich den nochmal aufwecken? Ah... Ach, es gibt Bären, die das können. Alter! Wir sollten hier schnellstens weg. Mein Vogel ist gleich tot. E-Rex kommt! Ja, ich seh ihn. Oh ja. Der kämpft mit dem Walle-Kita weg! Der kämpft mit dem Walle-Kita weg! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du bist ja immer noch hinter mir! Ja! Er verfolgt mich! Nein! Hannibal wurde getötet. Hannibal wurde getötet. Hannibal wurde getötet. Ja, klar. Der lag da auch bewusstlos. Kein Wunder, dass der getötet wurde. Ja. Okay, der ist wieder verwackt. Ich schieße ihm... Ich drücke ihm jetzt einfach die restlichen Scheiß... Ein Terrorvogel ist tot! Pfeile in die Fresse! Hier! Nimm das, du! Und der Wasserlag ist tot! Oh Gott! Können wir uns bitte... Von hier! Verziehen! Solange wir noch irgendwas haben! Oh mein Gott! Der Rastlo ist tot! Was war's? Was war's, Jungs? Wir sind tot! Ich hab keine Betäubungsfall mehr! Ich lauf zurück! Ist mir scheißegal, Leute! Ich bin tot! Zier! Nein! Bin ich tot! Ich lauf! Ich lauf! Ich bin Ende Geländer, Alter, Jungs! Auf Wiedersehen! Ich muss auch noch... Ich muss... Ich muss... Ich muss Bären futtern! Alter, das ist grad hartes Survival hier! Hartes Survival! Wir kämpfen mit Low-Level-Equipment gegen Scheiß! Zu viele Viecher! Der fangt mir immer noch! Das... Das ganze Leder! Und das Fleisch! Und... Ah, ich muss erstmal wieder nach Hause kommen! Ja! Kämpf gegen den! Kämpf gegen den! Warum rennst du, du Vollidiot! Ja! Ich versuch den Terrorvogel auf ein anderes Viech zu lenken! Weißt du? Und ich kämpf gegen... Und ich lasse es gegen den Wassertank kämpfen, aber der Wassertank rennt weg! Karl-Heinz ist tot! Karl-Heinz ist tot! NEIND! Tja... Du hast sein Blut an den Fingern! Aaah thiouuuu! Jack the Ripper ist tot! I should also sterben Nein Jack! Weihe.. Wir haben grad einfach immer... Unsere ganzen intimidationen... Wir haben grad alles verloren... Das haben wir verloren. Einfach alles. Ah, da hinten sind Ruinen. Das gibt's doch nicht. Ich lebe noch. Das ist eigentlich der größte Frevel, dass du noch lebst. Aber ich, du geh verrecken, ich sterbe. Ah, hier ist eine Fledermaus oder ein Vogel. Was kann ich denn dafür? Du hast den ganzen Scheiß hier angeleitet. Was kann ich denn dafür, sagt er? Ich bringe ihn in den Tod. Hier hinten sind... Ich hätte gerne einen Fernklass. Hinten ist ein Adler. Krass. Wir müssen hier auf jeden Fall hin zurückkommen. Noch mehr... Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich hin muss. Mehr Wolf als mich. Ich bin verloren. Auch gestorben, ne? Ich irre durch die Wüste. Ich werde vom Terrorfoge gefressen. Gott sei Dank. Dieser Terrorfoge verdient eine Medaille. Ich weiß gar nicht, ob ich in die richtige Richtung laufe. Alter, wir haben zwei Raptoren verloren, einen Wassertank und komplettes Equipment. Ja. Aber dazu kann ich wenig. Ne, gut, sagen wir es mal so. Ich wollte nur den Wolf. Da hat er eigentlich recht. Wir hätten ihn noch sterben lassen können. Das wäre eigentlich besser gewesen. Warte, Chrome. Jetzt sei mir da eh schon komplett nackig. Dann können wir auch einfach noch rumlaufen und ein bisschen erkunden. Ja, sag mir mal, ob ich in die richtige Richtung laufe, weil ich glaube, ich bin hier einfach voll verkehrt. Du läufst mir weg. Okay, ähm, wie ist es? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, oh Gott. Wie ist es jetzt? Ich werde von Ameisen. Oh, hier ist eine Riesenmotte. Boah, ich will auf diesen Viechern fliegen können. Ich wette, das kann man. Alter, wie kannst du hier rumlaufen und nicht von Ameisen angegriffen werden und ich laufe hier rum und werde von allem angegriffen, was hier lebt? Hast du dich nicht im Bett wiederbelebt? Nein, du? Warum hast du dich nicht im Bett wiederbelebt? Ja, ich bin immer bei dir. Hä? Nein, du kannst dich beim Bett wiederbeleben lassen. Zweitärer Vögel hinter dir. Jo, jo. Tod. Du bist tot, Alter. Nein! War klar, ich gehe jetzt zu den Drachen. Günter 2! Nein! Ach, ich kann mich auch nicht beim Bett wiederbeleben lassen. Pech. Jetzt sind wir hier verloren. Was hast du denn? 1145 Meter kann ich mich von dir entfernen. Okay, auch nicht schlecht. Ich fange hier eine neue Zivilisation an. Ich kann das auch einscheinern, dass du dich noch weiter entfernen kannst. Yay. Weißt du was? Ja. Ich glaube, ich mache das jetzt. Ich gehe zu den Drachen. Ja. Guck mal, wie das da ist. Wut. Ah, Falle. Hi. 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 Hast du vor? Warum liegen hier so viele tote Viecher? Ach, das sind Ameisen. Scheiße. Was willst du, Walle? Gleich. Lauf mal runter zur Base. Da siehst du gleich, weil ich vorhabe. Ohne Karl-Heinz und ohne meine Dinos. Guck hoch zur Klippe, siehst du mich. Sprichst du? Sprich nicht. Ganz oben. Ja. So muss ich das Leben nicht mehr. Bist du da neben dem Baum? Äh, ja, ich brauche ein Fernglas. Ich muss mir ein Fernglas bauen, ich sehe dich nicht. Glaube ich, weiß ich nicht. Guck einfach nach oben. Ja, ich gucke nach oben. Kippe. Da, ich sehe dich, alles klar. Walle, spring nicht. Tu es nicht. Ohne meinem Karl-Heinz. Hallo. Wir können doch, wir können das doch regeln. Wir können doch, NOOOOO! GLEENZIECHCHT. GLEENZIECHT. 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 Vielen Dank.